Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Above Snakes. So, wir brauchen Eisen, damit wir die Felder freischalten können und ich befürchte, dafür brauchen wir einfach... Okay, was ist mit dem mit den grünen Augen? Okay, das ist total toll, da ist ein... Wow! Okay, das ist ein... Halt, 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 jetzt... Ah, der kann schießen. Das ist ungut. Macht ihn bald. Okay, kann der jetzt mehr? Nein, kann er nicht. So, hier. Ah, das ist damit... Äh... Okay. Ich verstehe, das ist damit man mit dem Bogen nicht vollkommen über ist. Okay. Wehgriffe, ah, da ist... Eisen. Sind wir... Sind wir um die Toten so ein bisschen rum. So, und jetzt... Also wir brauchen insgesamt acht Eisen, ne? Das wird... Das wird gigantisch. Sind wir hier noch? Hatten wir bei der Hütte nicht auch irgendwie... Ach ja, genau, da muss man ja... So, ringsher... Kraft, ne? Ganz, 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 krafthaft. Hier gab's... Kein Eisen, ne? Nee. Nein, hier gab's leider kein Eisen. Das bedeutet, das reicht jetzt erstmal für ein Weltstück. Ich will aber auch nicht mehr Schneestücke setzen, weil ich will die Welt nicht unnötig groß machen. Peter? Ich glaube, das ist sehr ungut. Danke. So, dann einmal hierhin. Ah, schon wieder ein Geweih. Fleisch. Jawohl. Sehr schön. Wieder hin. Bitte, danke. Heute dieses Tier. Aber... Also irgendwie ist die schon verdammt schnell an ihrem... An ihrem Bogen, ne? Da ist die richtig zackig. Hier lang, hier lang. Dann müsste hier eigentlich schon irgendwo unser Haus sein. An unserer Haus. Jawohl, 28er Ausdauer. Sehr schön. Hier einmal anzünden. Dann kochen. Dann gehen da. Und dann halt. Einmal so einen schönen Fleischspieß. Den hauen wir uns auch direkt rein. Hier haben wir. Wir hatten ja hier noch eins, zwei. Haben wir. Nehmen wir, würde ich sagen. Hier, wir nehmen die aus. Einmal, zweimal. Sehr schön. Fischöl. Fischöl und dergleichen. Hier rüber. Einer da lang. Ja, ja. Ich weiß schon. Wieder Hunger. Pippig. Alt. Alles. Alles umgeht, ne? Hier. Und dann gehen da rein. Und gleich nochmal. Dann hat es sich auch gelohnt. Dann ist es jetzt dunkel. Das haben wir perfekt gemacht. Fakt, klafen. Und dann geht es weiter. Diese Richtung. Hier lang, hier rum, hier rüber. Diese Kiste öffnen. Dann die Klamotten rein. Ausrüstung. Die Klamotten raus. Hier hin. Ausrüstung. Anziehen. Anziehen. Haben wir. Sehr gut. Hier hin. Wir werden erstmal das Maisfeld machen. Haben wir. So, hauen wir das Maisfeld hin. Das können wir hier nicht hin tun. Wir könnten es hier hin tun. Oder wir könnten es hier hin tun. Wir tun es mal hier hin. Aber wir drehen es. Und zwar so. So, da ist natürlich nicht eine einzige dumme Kuh. War ja klar. So, dann können wir hier über die Browns. Du musst über die Browns. Hier lang, hier rum. In der Hoffnung, dass es natürlich auch bei den Feldern. In der Hoffnung, dass es natürlich auch bei den Feldern. Nochmal Lehmvorkommen auftauchen. Hier lang, hier rüber, hier rum. Hier lang, hier rum, hier rum. Hier lang, hier hin. Wir brauchen ja Lehm. Ja, wir kommen ja nicht rumrum. Wir brauchen den. War ja klar. Ich hätte ja wetten können, dass da mindestens noch einer rumräumelt. Und er räumelt. Wow, 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 wow. Komm. Wow. Haben wir geschafft. Sehr gut. Wir plündern die jetzt nicht. Ich weiß nicht, wofür wir die Knochen brauchen. Also lasst uns mal bleiben. Ja, wir brauchen die für Dünger. Aber ist das wirklich so wichtig? Ich weiß nicht. Da ist nochmal Lehm. Da ist er. Komm, wir nehmen es mit. Für die... Für die Knochen nehmen wir es jetzt mit. So, was können wir hier? Können wir hier irgendwas... Irgendwas klauen? Nicht doch hier hinten vielleicht was. Ah, nicht. Sehr schön. Ah, schau mal. Das geht doch alles ganz gut. Okay, jetzt müssen wir mal... Wir werden mal hier... Ausrüstung. Dann streicheln. Ah, suchen. Dann streicheln. Ja, ganz ein feiner bist du, ne? Ganz ein toller. Okay. Es sieht gerade irgendwie nicht so aus, als äh... Als würden wir hier die Kuh finden. Oh, Kürbis? Ja, Kürbis gönnen wir uns schon, ne? Also, hey. Da waren wir schon dran. Was? Boah. Das ist cool. Ah, okay. So funktioniert das. Ja, gut. Also... Ne, da scheint es jetzt tatsächlich keine... Keine zu geben. Da scheint es keine Kuh zu geben. Das heißt, wir müssen wieder... Hause. Dann müssen wir wieder die Klamotten umziehen. Dann müssen wir wieder... Okay. Dann muss das halt so sein. Woher? Hier. Jawohl. Und dann hier so durch... Wenn es schon so eine Baumwollpflanze gibt, dann gönnen wir uns die natürlich. Da sind auch schon wieder ein Haufen von denen. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Wilde Minze. Das nehmen wir nicht. Und dann gehen wir weiter. Ah, das ist... Das ist ärgerlich, ne? Vielleicht spiele ich es aber auch falsch. Ihr könnt mir das gerne mitteilen. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich das irgendwie falsch mache. Toll. Und... Noch mal ein Ausdruck. Hallo? Könntest du diese Kiefer bitte? Danke. Möchte nicht. Okay. Haben wir... Hier hin. Hier hin. Die beiden rein. Die beiden raus. Dann hierher. Hier hin. Ausrüsten. Ausrüsten. Haben wir. Sehr gut. Dann hier rum. Hier rein. Hier dran. Hier nochmal einen gemacht. Voll. Und dann wieder da nach oben. Und dann wieder nach oben und hoffen, dass da schon wieder... Ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja mal hoffen und beten, dass da jetzt... Da haben wir hier unten... Da haben wir hier unten... Da ist noch nicht nachgespawnt. Die müssen wir ja auch, weil wir ja... Ganz viel Stoff brauchen und so. Können wir dann hier... Können wir dann hier... Da können wir dann hier die Winterbären ehren. Komm. Ah, der hat sich hingelegt und schon war er wieder Matschi, ne? Ganz schnell passiert. Winterbären... Da gehen wir noch plündern. Hallo. Könntest du... Jetzt geht's aber los hier. Gehen wir mal hier runter zum Dorf. Da können wir das drin. Stellen wir da dann fest. Boah, große Bohnen. Okay. Halt. Stopp, stopp, stopp. Erst die Böcke durchsuchen. Erst die Böcke durchsuchen. Gab's nochmal Federn. Dann Böcke umhacken. Sehr gut. Oh, da war halt halt Kaffeepflanze. Kaffeepflanze mitnehmen. Sehr gut. Haufen durchsuchen. Federn. Okay. Ja, bei dem können wir jetzt pennen. Das machen wir jetzt. Gehen dir einen ab, Mädel. Hier raus, dann direkt hier hoch. Bitte. Wer hättest du gedacht? Natürlich noch nicht. Wer hättest du gedacht? Ja, vielleicht sollten wir uns da oben doch mal ein... Hm? Sollten wir uns vielleicht da oben noch ein... Ein Schneestück sollten wir uns vielleicht noch gönnen. Vielleicht so ein normales, so stehbedeckter Wald. So hier hin. Halt geht es, das ist falsch. Das ist nicht richtig, sondern... Halt, das wäre dann eher der da. So rum. Oh, jetzt habe ich tatsächlich versehentlich geklickt. Das wollte ich gar nicht. Na ja, gut. Okay, dann. Okay. Vorbei. Jawoll. Schön. Die beamen. Hauswächter. So. 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 Hallo. Jetzt. Neues Weltstück ist bereit und wir haben eine Dose Bohnen. Das ist gut. Okay, das war's dann. Hm. Fehlt uns genau ein einziges trofes Eisen, ne? Genau eins. Das ist schon ein bisschen arg. Blöd. Obwohl, hatten wir nicht noch ein Eisen? Moment. Lasst uns besuchten. Drei. Hatten wir nicht noch eins zu Hause? Lasst uns mal schauen. Ei, ei, ei. Dachte, wir hätten noch eins gehabt, aber vielleicht häuscht mich da jetzt auch. War da schon mal nicht. Wenn dann da. Falsche Kiste. Ah. Ein Eisen. Sehr schön. Daran. Das Entsperren. Sehr gut. Und dann hier. Dann würde ich das da hinsetzen. Das macht für mich tatsächlich am meisten Sinn. So. Ja. Und da sind sie. Alle beide. Wer hätte es gedacht. Lasst uns laufen da jetzt runter. Stellen fest, dass wir die falschen Klamotten anhaben. Stellen noch. Lauf noch mal zurück. Wir machen das. Wir machen das so. Wir haben da frei. Wir sind an der falschen Kiste. Das brauchen wir. Dann gehen wir hier hin. Und dann sagen wir hier. Ausrüstung. Sich ausziehen. Sich anziehen. Dann lassen wir noch kurz die. Das war jetzt bestimmt unglaublich doof. Ja. Lauf mal hier rüber. Auf alle Fälle mehr Erschöpfung. Auch mit unseren Stimmchen schon. Lauf mal hier weiter. Lauf mal hier rüber. Lauf mal hier durch. Da können wir Trinkschlauch noch mal auffüllen. Das machen wir natürlich. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Dann machen wir das natürlich. Das haben wir schon. So. Dann gehen wir hier runter. Hier rein. Ziehen uns diese Tiefelchen an. So. Stellen dann fest, dass wir hier erstmal den Lehm mitnehmen müssen. Wenn wir wollen Felder, haben wir mal auch so coole Kürbisse. So. So. Sehr schön. Ruhig. Okay. Komm. Wir nehmen die eine jetzt mit. Und dann holen wir die andere. Komm schon. Boah. Puh. Ich dachte, die Minecraft Kühe wären schon. Ich dachte, die Minecraft Kühe wären schon schlimm. Aber so kann man sich täuschen. Komm hierher. Komm. Komm mit, Kuh. Komm mit, Kuh. Komm mit, Kuh. Komm, komm. Oh Gott. Und das Ganze zweimal. Puh. Oh Gott. Wie süß. Nicht weglaufen. Okay. Komm mit, Kuh. Kuh. Kuh lauf nicht weg. Kuh, komm. Komm, Kuh. Komm, Kuh. Komm, Kuh. Kanku Oh Gott, ich hoffe, die muss hier rein Hukon Hukon Okay, wir haben die Kuh Wir können wegrennen Wir können hier rein, gibt es hier ein Bett Oh nein, oder? Nein, kein Bett Verdammte Akte Okay Wir gucken, ob wir Q2 noch kriegen Ansonsten müssen wir Q2 hart verteidigen Aber das kriegen wir auch hin Q2, komm Komm, Q Komm, Q Komm, Q Komm, Q Komm, Q Komm, Q Ja Boah, Sprenger Geil Folge den Glocken Geht mir am Arsch vorbei Komm, Q Komm, Q Mir ist bald Kein Problem Kuh Kuh Behe ich an, Q An, Q Komm, Q Kuh Boah, Wahnsinn Die Q Mindestens so doof Ihr Besitzer Komm, Q Komm, Q Oh Gott Wir haben es geschafft Okay Er ist da Wir können mit ihm reden Du bist zurück Na Da Tritt mich doch ein Pferd Da sind sie ja Meine Betsy Und meine Patsy Schauen sie sich Die beiden an Wie sie da rumhüpfen So glücklich Mein Gesicht Wieder zu sehen Die Stiefel sind echt gut, was Wo war grad Über Stiefel reden Ich glaube sie verdienen Ein ordentliches Paar Hier Nehmen sie die Hier Hier Nehmen sie die hier Die werden ihnen da draußen Gute Dienste erweisen Vielen Dank für die Stiefel Aber gern doch Miss Sie haben noch Großen Gefallen getan Jetzt sagen sie mal Miss Kann ich ihnen auch irgendwie Behilflich sein Wie komme ich nach Cops Creek Ich muss nach Cops Creek Haben sie eine Ahnung Wie ich dorthin komme Naja War früher ab und zu dort Ist aber eine lange Und ungemütliche Reise Miss Wissen sie Cops Creek ist eine Dubige alte Stadt Irgendwo Im Nirgendwo Um da hin Und hin zu kommen Müssen sie erstmal Quer durch die Wüste Und die Canyons Und mit den Viechern Die da überall rumlungern Ist es Nicht gerade sicher geworden Das kann ich ihnen sagen Okay Aufbruch in die Wüste Jetzt Zurück Hier Mehr über Landwirtschaft Geheimsäge Landwirtschaft Lernen Wo Arbeitslos Machen Okay Wenn der alte Bessel Hier Eins beißt dann Wie man Felder bestellt Und die Ernte einholt Und verdammt noch eins Wenn ich ihnen nicht Das eine oder andere Beibringen könnte Bin mir sicher Mit ein bisschen Übung Können sie selber Einen schönen Garten anlegen Ist okay Dann Fragen wir ihnen das nochmal Und dann Gehen wir da durch Weil Weil Okay Baue einen Garten Pflanze etwas an Bewässere und Binge den Garten Was ist das jetzt Hallo Ah so funktioniert Sehr gut Okay Herr vorrang Dann würde ich sagen Hier nochmal Bei den Brüdern Vorbei Du erntest Was du säest Wir haben ja glaube ich Porn oder so mitgenommen Ich würde sagen Wir gehen da jetzt mal Ein Stück weiter Ach Unsere Pause Unser Zuhause Hier So Werkwagen Stu 5 Wir hätten Holzbalken brauchen Warum Bretter brauchen War okay Wir kriegen Wir kriegen glaube ich Beides zusammen Oder hier Holzbalken Mach mal Zwei Eins Zwei Okay Haben wir Und hier lang Hier rüber Hier hin So Haben wir Sehr gut Für den brauchen wir Seil und nochmal Holzbalken Okay Machen wir auch bald Hier Platzieren Das kann man Hier Ich hätte Eigentlich gern Hintershaus Sogar Das 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 macht noch Oder Schau mal Hier Garten Was können wir Da jetzt anbauen Wir könnten Karotten anbauen Wir könnten Mais anbauen Wir könnten Kürbisse anbauen Ich würde sagen Wir Wir hier Mais Okay Wässern Verschmutztes Wasser Wasser Düngen Noch Mehl Wir düngen mal Dann Wässern wir mal Und dann Meine kleine Bäckerei Aus Weizen kann ich Mehl herstellen Und dieses dann Zum Packen benutzen Dafür brauche ich Nur eine Feuerstelle Backe eine Blaubeertorte Okay 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 Blaubeertorte Jetzt Passt auf Jetzt wird's So Wir haben hier Wir müssen ja So Dann Hier Dann hier hin Und dann brauchen wir Mehl Blaubeeren Okay Wir probieren das Ha Blaubeertorte Ha 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 Geschafft Hier Hier Ich würde sagen Die schieben wir uns Auch direkt rein Oder Kommen wir hier Plus 30 Hunger Minus 10 Durst Ja wir schieben uns trotzdem rein Ey sehr gut Ja und wenn wir dann Schon da dort sind Dann gehen wir mal Hier hin Und dann machen wir Uns mal ordentlich Dünger Wir haben ja hier Äh Reichlich Ähm Knochen Ja das ist ja Offensichtlich Was was uns Sobald nicht ausgeht Wir könnten mal Wie ist das denn Wenn ich jetzt da hingehe Und sage Ja wir haben bloß einen Na das ist voll schade Hm Okay das ist nur Eine Mahlzeit Das ist ungenießbar Okay Nope 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 Hä Seltsam Wir können Wir können Das ist ein neues Rezept Das ist Brot Da traue ich mich Jetzt fast wetten Äh Hallo Ha Wer hätte es gedacht Brot Wow Können wir eigentlich Wenn wir jetzt Wenn wir jetzt Nein können wir nicht Weil wir das Brot Nicht mehr reinlegen können Okay starte Aufbruch in die Wüste Platziere ein Wüstenstück Jetzt müssen wir glaube ich Erstmal hier Müssten wir erstmal Eisen Erz Eisen 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 Also nochmal Eine Ranch ist nochmal Hier ist dann warm Und hier ist dann Präriewüste Oh dafür brauchen wir Weizen Okay Ja dann müssen wir Gucken Dass wir Müssten wir dann Nicht gucken Dass wir Wir gehen jetzt mal Hier Und dann sagen wir Mal hier Mach mal Machen wir mal Ein paar Bretter Sagen wir mal Hier so So gut Bretter So Und dann hier nochmal Zack Auf geht's Hopp 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 Haben wir Und dann Drehen wir uns Das mal hier Sag Jawohl Sehr schön Hier hin Und dann Hier hin Hier Okay Können wir nicht Weil wir außerhalb der Range sind Range Range Außerhalb der Range Wir sind außerhalb der Range Deswegen geht das nicht So Einmal können wir noch Okay Was haben wir dann Basenbau Hier Ähm Platzieren Ich würde das gerne Hier platzieren Mein Münch fühlt So trocken an Ja kein Problem Da trinken wir mal Eine Kleinigkeit Trinken wir eine Kleinigkeit Junge Frau Und dann können wir Hier Und dann haben wir Hier voll viel Das einzige was wir halt Nicht haben Ist Hochintelligent Wir haben keinen Weizen So Wir gehen mal Bei den Browns Du ich Kaufen mal hier lang Haben wir eigentlich Klamotten an Ausrüstung Wir haben Klamotten an Verstärkte Leder Stiefel Leder Stiefel haben wir Sehr gut Sehr gut Dann gehen wir mal Hier lang Hier durch 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 Rennen Klamotten Guck ihn dir an Jetzt gehen wir hier mal Das jetzt haben wir hier Ich hätte gerne Kannst du die mal weglegen Danke Nein Komplett Danke Dann kann ich nicht mehr Zu hauen Wenn ich da hingehe Dann kriege ich nichts raus Wenn ich das mache Geht es mir genauso Ja dann gehen wir mal hier hin Nehmen wir noch mal ein bisschen Leben mit Wenn wir schon da sind Nehmen wir noch mal ein bisschen Leben mit Nehmen wir da hoch 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 Hier rüber Da lang Nehmen wir ein bisschen Leben mit Ich finde es schade Dass wir bei Bessel nichts kaufen können Irritiert mich ein wenig Wenn ich ehrlich bin Wenn ich ehrlich bin Irritiert mich das ein klein wenig So Okay Hier Hatte das Pferd Ähm Zum Dorf Ja 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 Da ist es kalt Ja klar Sag bitte Hier Lüpf da rein Schauen es dir nicht mehr kalt Eieiei So kommen wir hier Voll gut durch Hier kommen wir gerade relativ gut durch Bitte 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 Okay Haben wir da sind wir zu Hause Sehr schön Rein da Und dann würde ich sagen Meine Lieben Ich wünsche euch jetzt Einen wunderschönen Was auch Meld gerade habt Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder Vergesst es zu bewerten Lasst gerne einen Kommentar da Bis dahin Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal